Hi, mein Name ist Marco Lorenz. In diesem Video möchte ich dir zeigen, was genau das Gold Membership ist und welche Vorteile du davon genießen kannst. Wie schon erwähnt, in diesem Video geht es um das Gold Membership und viele fragen immer wieder, was ist genau das Gold Membership und ich möchte in diesem Video versuchen, das so kurz und knackig wie möglich zu erklären. Wie du vielleicht weißt, produzieren wir bei BrainF3D regelmäßig neue Frequenzen. Doch unser Streben ist es nicht einfach nur neue Frequenzen rauszubringen, sondern die bestehenden zu optimieren. Wir haben hier ein EEG-Labor und finden immer neue Technologien raus, finden immer neue Techniken raus und wenn wir eine neue Technik rausgefunden haben, eine neue Technologie, die immer besser ist als die vorige, dann versuchen wir diese einzubauen in die bestehenden Frequenzen, damit du natürlich als Nutzer der Frequenzen natürlich viel mehr davon hast, als einfach nur ein Produkt zu haben und immer sozusagen, das wird halt irgendwann auslaufen. Und deswegen machen wir halt immer neue Updates. Bei den meisten Updates, die wir durchführen, ist es in der Regel so, dass wir nicht einfach nur die Technologie ersetzen, sondern dass wir in der Regel meistens die komplette Frequenz neu machen. Nicht immer, aber meistens. Wir haben auf der Webseite ganz unten, wenn man runterscrollt, geplante Frequenz-Updates und da sieht man immer ganz genau, was ist im Plano gerade und was wurde schon upgedatet und vor allem siehst du ganz genau, in welcher Frequenz wurde genau was durchgeführt, bei welchem Update. Also, wenn man das Gold-Membership hat, das ist übrigens kein Abo-System, das ist einfach nur ein Modell, wo du einen Status im Shop bekommst als Kunde und in diesem Status hast du verschiedene Vorteile. Auf der einen Seite hast du den Vorteil, dass du grundsätzlich für alle Frequenzen, die es im Shop gibt, 30% Rabatt bekommst. Also für diejenigen, die schon ab 5 Frequenzen gekauft haben, die haben davon natürlich einen großen Nutzen, weil wenn man regelmäßig öfter neue Frequenzen kauft, dann spart man sich damit einfach langfristig sehr viel Geld. Dann bekommt man 30% Rabatt auf Live-Seminare und 50% Rabatt auf die Verlängerung des Memberships. Also es gibt verschiedene Varianten, du kannst 12 Monate, also ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre und so weiter das Ganze holen und danach läuft es einfach von selbst aus. Es ist aber so, dass wenn es ausläuft, hast du dann als Gold-Member die Möglichkeit, 50% Rabatt auf die Folge zu bekommen. Sozusagen sparst du dann, also man kauft es einmal für diese Summe und danach zahlt man immer die Hälfte bei der Verlängerung. Gut, was hast du noch für Vorteile? Und zwar bekommst du als Gold-Member sozusagen jede Frequenz, die abgedatet wird, die du erworben hast, einfach kostenfrei inkludiert. Wobei kostenfrei jetzt bedeutet, dass du einmal halt Gold-Member sein musst und danach bekommst du sozusagen alles, was abgedatet wird, sofern du die Frequenz gekauft hast, einfach verfügbar. Das funktioniert so, indem du eine E-Mail von uns dann bekommst, wenn ein neues Update erschienen ist und dort siehst du, was wurde abgedatet und wenn du das Produkt erworben hast, dann gehst du einfach in den Shop-Bereich, loggst dich ein in deinen Account, gehst auf Downloads und dort siehst du einfach deine normalen Frequenzen. Und dort kannst du dann die neueste Version runterladen. Dann bekommst du einen eigenen zusätzlichen Gold-Member-Bereich, das bedeutet, du hast dort Zugriff auf Sonderfrequenzen, die es nur für Gold-Member gibt, komplett kostenfrei und dann viele verschiedene weitere Vorteile, wie zum Beispiel Sondergutscheine und so weiter, die Gold-Member in der Regel immer bekommen. Gut, dann habe ich noch ein paar Fragen, die meistgestellten Fragen, die ich gerne durchgehen würde. Und zwar, jemand hat gefragt, also diese Frage kommt regelmäßig vor, was passiert, wenn ich gewisse Frequenzen gekauft habe und nicht Gold-Member war und dann erst Gold-Member werde, habe ich dann immer noch Zugriff auf die neuesten Versionen von den gekauften Frequenzen? In dem Fall ja, das heißt, wenn du irgendwas gekauft hast, egal was, und du hast gesehen, es gibt ein Update dafür und du wirst irgendwann später Gold-Member, dann bekommst du sozusagen automatisch alles, was du gekauft hast, auf die neueste Version abgedatet, sofern da natürlich eine neue Version zur Verfügung steht. Dann, wie oft erscheinen neue Frequenz-Updates? Das siehst du im Shop, wenn du ganz runter scrollst, da steht ein Bereich, der nennt sich geplante Frequenz-Updates, da siehst du die ganze Hierarchie, wann wurde was abgedatet. Das hängt immer davon ab, wie viel gerade los ist bei uns, aber wir versuchen regelmäßig immer neue Frequenzen abzudaten, und vor allem die wichtigsten. Ab wie vielen Frequenzen zahlt sich das Gold-Membership aus? Ich habe hier stehen, so ab 5 bis 10 Frequenzen, wenn du die erworben hast, dann macht es Sinn, das Gold-Membership zu holen, vor allem, wenn du das Gate-Programm hast. Das Gate-Programm wird regelmäßig immer wieder neu abgedatet, weil es sozusagen die Kernfrequenzen sind, und dann macht das natürlich dann Sinn. Musst du irgendwas Spezielles tun, um den 30% Sonderrabatt zu bekommen? Nein, also wenn du das Gold-Membership erworben hast, bekommst du eine PDF im Download. In der PDF hast du sozusagen dein Coupon-Code, und mit diesem Coupon-Code hast du sozusagen ein paar Vorteile, aber die 30% Rabatt an sich, die werden von selbst eingestellt, das heißt, du brauchst es nur erwerben, dann wartest du ungefähr zwischen 1 bis 15 Minuten, und dann müsste sich das System von selbst umgestellt haben, da läuft so ein Crawler durch, und dann müsstest du schon sehen, dass da überall deine neuen Preise stehen. Ja, und wie bekommst du Zugang zu den Beta- bzw. Spezial-Frequenzen-Bereich? Am zweiten Menü-Bonus, dort gibt es den eigenen Gold-Member-Bereich, und dort findest du sozusagen alles, was dein Herz begehrt. Und eine Frage war noch, ist das ein Abosystem? Nein, das ist kein Abosystem, also es läuft, du kaufst es sozusagen entweder für ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, und danach läuft es einfach aus, und dann ist es vorbei. Du wirst natürlich per E-Mail benachrichtigt von uns, wenn es ausläuft, weil du hast ja danach noch den 50%-Coupon, wo du es dann noch verlängern kannst. Gut, that's it. Ganz einfach erklärt, ich wünsche dir viel Freude mit der Gold-Membership, und bis bald. Ciao. Das war's für uns. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020